Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberium Wars in der Screen-Kampagne. Mission London erfolgreich abgeschlossen, jetzt kommt Mission München. Deaktivieren Sie die Defensivsysteme dieser Stadt. Danach trifft Verstärkung ein, um Sie bei der Unterwerbung der Region zu unterstützen. Bau des Relaisknotens läuft. Aufgrund der anfänglichen Defensivdispersion sind mehrere Knoten erforderlich. Antizipiere Verzögerungen. Bodentruppen melden unausgereifte I-Core-Lager. I-Core-Erträge nicht vielversprechend. Rat erneut zum Abbruch, Großmeister. Der Overlord wünscht die Erforschung der indigenen Rasse. I-Core-Ernte hat keine Priorität mehr. Ablenkungstaktik fortsetzen und Brückenkopfmontage einleiten. Der Widerstand ist nicht organisiert. Unser Sieg ist sicher. Plan akzeptiert. Brückenkopfpositionen erkannt. Montageprozeduren eingeleitet. Ablenkungstaktik initialisiert. Die feindliche indigene Population ist höher entwickelt als erwartet und stellt eine ernste Gefahr dar. Während der Angriff auf das wichtigste Ballungszentrum in Sektor 2 bis 5, Kontinent 3, wurden zwei unserer Späschiffe von indigenen Trumpen ausgestattet. An Bord der Schiffe waren mehrere für den Bau der Brückenköpfe erforderliche Datenknoten. Diese befinden sich nun in feindlichem Gebiet. Wir haben im Umfeld der Spähschiffe verstärkte Aktivitäten des Feindes geordnet. Allerdings bezieht dieser seine Energie aus einer einzigen Quelle. Schalten Sie diese Quelle aus, um das Gebiet zu sichern und der Verstärkung den Weg zu ebnen. Das größte Problem ist allerdings... Dieser Mastermind, oder Allgemein-Mastermind, kann nicht angreifen. Ich weiß nicht warum der in der Not-Kampagne, als man gegen einen Mastermind töten musste, warum der kämpfen konnte. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Nope. Granaten, fliegen. Granaten bereit? Komm mit. Okay Männer. Rein da. Nope. Das ist aber, da kann ich nicht angreifen. Okay. Dann gehen wir da rein. Zack. Ah, wieder Handkiste. Okay. Einheit wird angegriffen. So. Los, los. Einheit verloren. Ach, schafft es noch. Gerade so, ja. So, hallo. Sehr gerne, dass das ist. Obwohl. Dahin. Komm mal mit. Komm mal her. Dann komm mal du her. Du zerstörst das. Den Wachtturm. Wunder, dass die Guardian-Kanon durchtötet. Das wird noch ein bisschen nervig hier. Unterwegs. Wo die mal die Guardian-Kanonkiste. Ja. Panzerdivision. Haben Sie in die Zier? Unterwegs. Einheit für die Guardian-Kanonkiste. Feindkontakt. Ach, die Türen tun echt weh. Was wir mal erwarten. Jetzt, okay. Den Raider-Panzer tun sie nicht besonders weh. Ist logisch. Aber dem Mastermind können sie sehr, sehr schmerzhaft werden. Die Kaserne ist mit Defensiv-Türmen gesichert. Ach, echt? Das Mastermind soll die georteten Dibura-Panzer teleportieren. Die Einheit wird angegriffen. So, die was? Die da oben? Ziel wählen. Ey, 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 ey. Geht aber gar nicht. Und da, das Gebäude da oben noch. Einheit wird angegriffen. Haben Sie im Visier? Einheit befördert. Leidlicher Stützpunkt gesichtet. Verdammt. Was ist da noch zerstören? Zack. Gebäude erobert. Neue Bauoptionen. Okay, wir speichern mal zwischen. Weil ich sehe da oben etwas, was mir nicht gefällt. Was den Ingenieur sehr schnell töten könnte. Und daher muss das erstmal weg. Und da ist noch ein Predator-Panzer. Alles klar. Oh Gott. Oh Gott. Ja, du bist auch cool. Das ist vollkommen in Ordnung. So, holt ihr das? Gebäude erobert. Neue Bauoptionen. Wird ausgebildet. Jetzt Ingenieur. Ich weiß noch nicht, warum ich mir einen Ingenieur hole. Sonst. Oh. Empfange Nachricht. Standort der Energiestation wurde bestätigt. Erobern Sie die Anlage mit dem Ingenieur. Okay. Komm her. Du. Komm her. Ja. Stimmt. Schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Melde mich zum Dienst. Okay. Eigentlich könnte ich mit allen relativ einfach einfach hier durch. Ingenieur einsatzbereit. Wenn du ein bisschen mehr ablängst. Wir sehen uns dort. Bin unterwegs. Sieht sicher aus. Ich verstehe mich dafür. Ich verstehe mich dafür. Wandliche Einheiten gesichtet. Alles bereit. Ist der Weg sicher? Ich kümmere mich um alles. Brauche ich nicht damit der... Da oben ist eine Medikamentenkiste. Ja. Einheit verloren. Oh. Ja, komm her. Einheit wird am Nasschen. Nope. An die Arbeit. Ingenieur einsatzbereit. Aha. Erwarten Befehle. Kämpfer gegen den. Viel Spaß. Oder auch nicht. Ist in Ordnung. Los, los. Dankliche Einheiten gesichtet. Da unten. Ist egal. Randkiste. Oh Gott. Das war knapp. Okay, Männer. Die Drangkiste sind vollkommen... Vollkommen Rille. Oh mein Gott. Einheit wird angegriffen. Okay. Glaube ich muss das leicht anders machen. Wird ausgebildet. Nur ganz leicht. Ich habe Ihre Code. Habe ich Feuerschutz? Ich kümmere mich um alles. Empfange Nachrichten. Könnt ihr komplett jetzt? Standort der Energiestation wurde bestätigt. Erobern Sie die Anlage mit dem Ingenieur. Komm mal zurück. Ingenieur einsatzbereit. Komm mir hier ran. Ich bin nicht das Duo. Feind anvisiert. Wenn du davon attackiert wirst. Die Frage. Kann ich einfach durchlaufen? Ohne dass die... Nicht ganz. Ohne dass die zu der Lärmung. Oh. Oh. So sieht das also aus. Ignorieren den. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht an können. Einsatzziel erreicht. Ich werde dich das nicht an können. Empfange Nachricht. Defensivsysteme deaktiviert. Neutralisieren Sie sämtliche Einheiten der GDI nördlich von Ihrer Position. Hm. Okay. Speichern. Jetzt kriege ich wunderschöne Einheiten. Stop, 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 stop. Einheit verlorene Sternein sind alle getroffen. Da kommen alle wieder erstmal drücken. So. Dahin. Problem ist nur. Nach unten hin. Auch nach unten hin. Erf nur durchlaufen. Für die meisten zumindest. Oder durchfliegen. Je nachdem. Nur hier drin ist seitdem die ganze Verteidigung noch aktiv. Aber dadurch, dass ich eine Artillerieeinheit habe, habe ich absolut keine Probleme hier mit die Basis zu obern. Und nicht noch, wenn ich planetare Trägerschiffe dazu habe. Einheit verloren. Na dann macht mal euren Stürmchen. Und verstärkt meine Einheiten da durch. Einheit wird angegriffen. Irrte Kampfkraft in die Ionen stürmen. Ja. 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 Nein, ich wollte nicht da oben drauf klicken. Einheit befördert. Ja, dann seid mal aggressiv. Einheit wird angegriffen. Und doof ist halt eben die Infanterie. Einheit verloren. Diese Schlachtschiffe haben so eine Reichweite. Das ist... Ei. Okay, jetzt sind auch andere Einheiten. Nein, da kann ich sonst irgendwas herstellen. Einheit wird angegriffen. Oh, ja. Äh, zerstört das mal. Das, 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 das. Das hat mich an mir gekriegt. Weg mit euch. Dudu, 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 dudu. Einheit wird angegriffen. Hier. Komm mal nach oben. Ein ganz smooth. Einheit befördert. Einheit verloren. Ja, gut. Die sind hoch bei denen auch ein bisschen. Oh, dann gucken wir auch mal nach oben. Ja, komm. Und so tritt ich mal da. Auf das da. Ist so schön. Ah. Gut, die Atelier. Ah. Die Atelier würde mich zuerst nerven. Einheit wird angegriffen. Und wegknabelt. Sehr schön. Ah, dann. Der Rest wird jetzt auch fallen. Schiffes. Ja, das war nicht sehr schwer. Geheimdienstdaten aktualisiert. Oh, Geheimdienstdaten. Achso, jenseits der Gewalt. Gar nicht mitbekommen. Okay. Ablenkungsangriffe verlieren an Stoßkraft. Eine Strategie der Gewalt reicht offenbar nicht aus. Einsatz von Mastermind-Einheiten autorisiert. Stoßen sie hinter den feindlichen Linien vor und belten sie die Operation der indigenen Population. Mithilfe ihrer Teleportations- und Manipulationsfähigkeiten. Leider kann die nicht schießen. Wurde es seitdem so fehlt, ne, als... Ich weiß einfach nicht, warum sie nicht schießen kann, ne. Können jetzt kontrollieren, aber nicht... Na, egal. Und da sehen wir einen schönen Mammut-Panzer. Mission erfolgreich. Sehr schön. Jep. Jep. Und jep. Gut. Die Hälfte der Mission haben wir schon geschafft. Ja, Hälfte. Leider hat die Mission echt nur vier... Die Kampagne hat nur vier Missionen. Das ist echt schade. Aber das war's mit der Mission München. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns in Kroatien in der nächsten Mission wieder. Bis dann. Schirio. Und wir hören uns in Kroatien in Kroatien in Kroatien in Kroatien.